Herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi. Das bin ich. Wir machen heute noch ein bisschen was wegen Erster Hilfe, Verkehrsunfall und so weiter. Sofortmaßnahmen am Unfallort. Ich mache das natürlich mit meinem kompetenten Helfer Michele zu meiner Linken. Das ist Michele. Das bin ich. Und er war ja schon in anderen Videos auch vor mir und hat uns ein bisschen was gezeigt, wie man sich verhält und hat mich auch manchmal so ein paar gute Tipps gegeben. Gerne. Und nicht nur Kompetenz, wir brauchen ein bisschen optisches Tuning wir beide glaube ich. Und zwar holen wir noch mal die Sarah dazu. Die hol dich mal zu uns in der Mitte. Hier kommt sie her. So, Sarah. Eine Sache haben wir noch mit dir vor. Und das gucken wir jetzt. Alles klar? Los geht's. Jetzt geht es um das Dreieckstuch. Das schauen wir uns mal ganz kurz an. Und zwar ist das Dreieckstuch normalerweise so klein eingepackt. Kann man hier so nehmen. Gut. Wenn man das auspackt. Kann man das wunderbar als Tragehefe nehmen? Oder wie heißt das richtig? Das ist, ich sage mal, Rettungsring dazu oder Tragering. Wie gesagt, das Dreiecktuch ist ein Multifunktionstuch. Man kann damit alles machen. Das heißt Dreiecktuch übrigens, weil es? Wie ein Dreieck aussieht. Dreieckig ist. Okay. Ja und jetzt wollen wir Sarah mal auf eine längere, also eine längere Strecke transportieren. Weil wir sind im Wald wandern gegangen oder irgendwas ähnliches. Sie ist gestürzt, kann jetzt nicht mehr laufen. Aber der Rettungswagen kann nicht durch den Wald fahren. Wir müssen irgendwo zum nächsten Punkt. und dann müssen wir sie jetzt da tragen. Und um alles ein bisschen zu vereinfachen, gibt es dann so einen schönen Rettungsring oder besser gesagt einen Tragering. Und dann mache ich erstmal eine schöne Krawatte aus dem Tuch. Und formel mir ein kleines E, sage ich mal. Naja, eigentlich ist es ja nur ein Kreis. Eine Öse, ne? Genau. Und dann umwicke ich den Überstand vom Dreiecktuch in den Kreis rein. Also einfach hier so umwickeln, dass ich eine schöne Stabilität bekomme. Also geschickte Leute können das auch schnell. Ich nicht. So und jetzt können wir, genau. Das heißt, wir würden jetzt diesen Ring nehmen und Sarah könnte jetzt einmal richtig drauf sitzen. Setzt sich richtig drauf. Und umarmt uns. Genau. So und jetzt können wir so... Nicht geübt. Sie wussten nicht, was sie jetzt erwartet. Sarah, Mikel und ich werden dich jetzt rausfuhren. Bis dann. Tschüss. 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 Das ist so cool. Tschüss. 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 Das ist Michele. Hallo. Ich bin Michele. Das bin ich. Tschüss. 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 Tschüss.